Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir darüber, warum man künftig immer weniger Taxis von Mercedes auf den Straßen sehen wird. Und wir widmen uns der Frage, was eigentlich passiert, wenn ein ETF geschlossen wird und aus dem Depot verschwindet. Wir haben Montag, den 30. September und ich bin Arnes Mitschijewitsch. Bestimmt haben viele von Ihnen den ein oder anderen ETF im Depot. Ich habe letztens mal nachgezählt, bei mir sind es zwölf. Ja und das Ganze ist ja auch äußerst praktisch, denn mit diesen börsengehandelten Indexfonds kann man kostengünstig in tausende Unternehmen weltweit auf einmal investieren. Und weil diese passive Anlageform so praktisch und so beliebt ist, steigt die Zahl der Produkte, die neu auf den Markt kommen, seit Jahren an. Bis Ende Juli dieses Jahres gab es weltweit fast 11.000 ETFs. Das zeigen Zahlen der Research-Firma ETFGI. 2013 kamen weltweit noch 50 Indexfonds neu auf den Markt. Und im vergangenen Jahr waren es laut dem Analysehaus Morningstar bereits zwölfmal so viele. Doch genauso wie die Zahl der neuen Produkte, steigt auch die Zahl jener ETFs, die geschlossen werden. Im vergangenen Jahr waren es Morningstar zufolge 210. Das ist mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Aber was passiert eigentlich genau, wenn ein ETF, in den ich investiert habe, geschlossen wird? Worauf sollten Anlegerinnen und Anleger achten? Antworten auf diese Fragen liefert uns heute meine Kollegin Lisa Oenning, die stellvertretende Ressortleiterin Finanzen an unserem Standort in Düsseldorf. Außerdem spreche ich mit unserem Autoreporter Franz Anko Hubig darüber, warum das Taxigeschäft von Mercedes kollabiert. Doch vorher gibt es wie immer erst mal unser Marktupdate. Heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Arnes. Ja, wir schauen heute mal zunächst auf China. China bringt seine schwächelnde Wirtschaft wieder auf Trab. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass das Land in der vergangenen Woche wichtige Zinsen gesenkt hat und auch angekündigt hatte, die Staatsausgaben zu erhöhen. Und heute gab es noch weitere Ankündigungen. Deswegen meine erste Frage. Was passiert denn da gerade in China und wie reagieren die Anlegerinnen und Anleger drauf? Ja, heute wurden noch weitere Maßnahmen verkündet und diesmal ging es um den kriselnden Immobiliensektor in China. Der befindet sich ja schon seit ungefähr drei Jahren in der Krise. Und heute wurden also die chinesischen Banken angewiesen, die Zinsen auf laufende Wohnungsbaudarlehen zu senken. Und außerdem sollen in den Metropolen Shanghai, Gangsu und Shenzhen der Kauf von Wohnimmobilien noch erleichtert werden. Dazu muss man wissen, die chinesischen Haushalte haben ungefähr drei Viertel ihrer Ersparnisse in Immobilien gesteckt. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz wichtiger Markt. Und entsprechend begeistert reagierten dann heute die Anleger an der Börse auf diese Nachrichten. Die Börse in Shanghai gewann mehr als sieben Prozent. Das ist der größte Tagesgewinn seit über 30 Jahren. Ja, und das muss natürlich an der Stelle erwähnt werden. Hatte das denn auch Auswirkungen auf andere Märkte? Ja, zum Beispiel auf den Eisenerzpreis. Der ging heute auch steil nach oben. In der Spitze um elf Prozent hat er zugelegt. Und Eisenerz wird ja besonders für die Herstellung von Stahl eingesetzt. Und ja, Stahl ist natürlich essentiell für den Bau von neuen Gebäuden. Und die Analysten schätzen, dass 40 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Eisenerz so aus der Baubranche kommt. Und wenn dann die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde, also China, die Baubranche besonders fördert, dann dürfte das eben die Nachfrage nach Eisenerz erhöhen. Und dadurch stieg eben jetzt schon mal der Preis. Ja, und jetzt würde mich interessieren, ob das Ganze auch Auswirkungen hier bei uns in Deutschland hatte. Ein kleiner Rückblick. Der deutsche Leitindex DAX hatte am Freitag ein neues Rekordhoch mit 19.491 Punkten erreicht. Und wie sah es heute aus? Hielt die Kauflaune an? Vielleicht angetrieben durch die Nachrichten aus China? Könnte man meinen, aber nee, das Gegenteil war der Fall. Also heute kam es zu den sogenannten Gewinnmitnahmen. Das sehen wir ja auch oft, wenn wir irgendwo einen Rekordhoch erreichen, dass danach dann die Kurse erst mal wieder fallen, weil die Leute eben Gewinne mitnehmen. Also sprich jetzt eben zu den höheren Preisen wieder verkaufen. Und der DAX ist deswegen ja so ein bisschen gefallen heute. Liegt so ungefähr 0,7 Prozent schwächer am Nachmittag. Europa und auch die kleineren Werte MDAX, SDAX sind noch ein bisschen schwächer. Und auch die Wall Street hat nur leicht im Minus eröffnet. Ja, da muss ich jetzt aber echt sagen, dass mich das schon ein bisschen verwundert. Denn heute kamen ja auch neue Daten zur Inflation in Deutschland raus. Und jetzt wissen wir, dass die im September auf 1,6 Prozent gefallen ist. Also deutlich unter das Ziel der EZB. Und da könnten doch eigentlich wieder Hoffnungen wach werden auf weitere Zinssenkungen, was wiederum dem Aktienmarkt nützen würde. Hat das denn die Anleger gar nicht überzeugt? Ja, interessanterweise nicht so richtig. Vielleicht, weil sie auf die Kerninflation auch immer schauen. Das sind ja die Preise dann ohne die energieintensivsten Ausgaben. Und die sinkt immer noch nur langsam. Und außerdem könnte man auch sagen, dass ja zuletzt auch schon in Frankreich, Spanien und Italien die Teuerungsrate gesunken ist. Also insofern ist jetzt Deutschland auch nicht super überraschend. Spannend wird trotzdem nochmal sein, wie es denn morgen aussieht, wenn die Daten zur Euroinflation kommen. Also in der gesamten Eurozone. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn sich der Trend dort ebenfalls fortsetzt, dann könnte die Europäische Zentralbank im Oktober das nächste Mal die Zinsen senken. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, hat heute im EU-Parlament gesprochen und hat dort auch das erwähnt, dass sie das also sehr wohl berücksichtigen werden bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im Oktober. Also das klingt wirklich nach Zinssenkungen. Heute Abend wird ja auch noch FED-Chef Paul seine Rede halten. Die FED hat auch begonnen, schon die Zinsen zu senken. Und ja, also wenn es tatsächlich zu weiteren Zinssenkungen kommt, dann dürfte das wirklich neue Impulse geben. Und dann könnte die Rekordjagd im DAX auch bald weitergehen. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Schauen wir zum Schluss noch auf die Einzelaktien. Welche Titel haben denn heute besonders herausgestochen? Ja, also negativ aufgefallen sind heute vor allem die Autoaktien. Stellantis zum Beispiel hat seine Ziele heute nach unten korrigiert und daraufhin rutschte die Aktie minus 15 Prozent ab. Aston Martin hat auch eine Gewinnwarnung verkündet. Da ging sogar 28 Prozent nach unten. Und auch die deutschen Automobilhersteller waren ziemlich unter Druck. Allen voran Daimler Truck, Porsche und auch Continental, der Zulieferer, haben heute auch alle Federn gelassen. Ja, aber mit solchen trüben Aussichten können wir natürlich den Marktbericht nicht beenden, sondern wir sprechen noch über ein anderes Thema. Wenn jetzt Ingo Narrath hier wäre, würde er wahrscheinlich sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es geht um den Wissenschaftsverlag Springer Nature. Und das ist ja ein neuer Börsenkandidat, der gerade in den Startlöchern steht. Gibt es denn da Neuigkeiten, was das Börsendebüt angeht? Ja, also dem Börsengang steht, glaube ich, nichts mehr im Wege. Die Aktien sollen nicht unter 22,50 Euro ausgegeben werden. Das ist also eher in der oberen Hälfte der Preisspanne. Die Emission ist jetzt schon vielfach überzeichnet, ist zu hören. Zeichnungsfrist endet morgen Abend und am Freitag ist dann in Frankfurt das Debüt geplant. Und Springer Nature käme dann wohl auf eine Marktkapitalisierung von ungefähr 4,5 Milliarden Euro. Nicht schlecht für den Anfang. Das kann man wohl sagen. Ja, wir sind gespannt. Laura, vielen Dank für den Marktbericht. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com Wenn ich jetzt das Wort Taxi in den Raum werfe, dann werden viele von Ihnen bestimmt an eine Elfenbeinfarbene Limousine mit Mercedes-Stern auf der Motorhaube denken. Und tatsächlich war früher jedes zweite Taxi in Deutschland ein Mercedes. Doch diese Zeiten sind vorbei. Exklusive Zahlen zeigen, in diesem Jahr sind die Taxizulassungen von Mercedes um 71% eingebrochen. Ja und warum das so ist, das erklärt uns jetzt unser Autoreporter Franz Anko Hubig. Hallo Franz. Hallo Arnens, danke für die Einladung. Ja gerne. Es ist ja eine spannende Entwicklung. Noch im Jahr 2019 lag der Marktanteil der Schwaben in der Taxibranche bei 52%. Im vergangenen Jahr waren es dann noch 38% und aktuell sind es laut Zahlen des Marktforschungsunternehmens DataForce nur noch 13%. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Mercedes sich entschlossen hat, quasi keine Sondermodelle mehr für das Taxi Gewerbe anzubieten. Insbesondere die E-Klasse und die B-Klasse, also eine Kompaktlimousine oder ein kompakter Winivan und vor allem die Business-Limousine E-Klasse war unter Taxifahrern immer sehr beliebt. Und die wird nicht mehr zu Sonderkonditionen und zu einer vergünstigten Finanzierung angeboten, sondern ist quasi nur noch für die Taxiunternehmen sowie für Privatkunden auch erhältlich oder normalen Gewerbekunden erhältlich. Das heißt verhältnismäßig teuer. Teilweise gibt es die Umrüstfunktionen gar nicht, dass du dann Taxameter und andere berufsspezifische Faktoren da installieren kannst. Und das führt natürlich dazu, dass die Zulassungen dann deutlich nach unten gehen, eigentlich komplett zusammenbrechen. Und wie groß ist denn dieser Preisunterschied? Müssen ich dir jetzt nochmal genau reinsetzen, also bei den Gewerbekunden rechnest du ja im Zweifel immer ohne Mehrwertsteuer. Da ist glaube ich jetzt so eine E-Klasse, würde wahrscheinlich jetzt kosten, um die 51.000 Euro ohne Rabatte und ohne Steuer. Und früher hast du das bekommen, wahrscheinlich noch so Anfang 2023 in den Preislisten. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber um die 34.000, 35.000 Euro war wahrscheinlich sozusagen der Basispunkt für eine E-Klasse in Taxiausstattung. Also schon eine große Differenz. Ja, definitiv. Jetzt ist natürlich auch interessant zu erfahren, wie wichtig denn der Taximarkt für Mercedes ist. Man könnte jetzt nämlich auf die Idee kommen, dass das vielleicht in der Prioritätsliste nicht mehr so weit oben steht. Ja, sozusagen die Entscheidung, die Sondermodelle einzustellen, war ja eine sehr, sehr bewusste vom Konzernchef Ola Kelenius, weil der, die Maxime ausgegeben hat, grundsätzlich das Marge vor Menge gehen muss und dass er eigentlich nur jene Modelle und vor allem auch Kanäle, Absatzkanäle bedienen will, die tatsächlich profitables Wachstum versprechen. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das Taxigeschäft eines war, wo man Verluste geschrieben hat, aber die Margen waren auf jeden Fall verhältnismäßig gering und der Anspruch des Konzerns ist, zweistellige operative Gewinnmargen zu erzielen. Und wenn ich das möchte, dann muss ich mich früher oder später entscheiden, einerseits, welche Modelle ich anbieten will und andererseits, welche Kanäle ich bedienen will. Und klassischerweise ist es so, dass der Privatkäufer relativ potent ist und recht hohe Margen verspricht und sozusagen jetzt verästelt Mietwagenunternehmern oder Taxiflotten die Sonderkonditionen einfordern. Das ist halt vielleicht symbolträchtig, aber nicht allzu gewinnträchtig. Also das heißt, insgesamt kann man sagen, dass das Geschäft für Mercedes einfach nicht mehr besonders finanziell attraktiv ist. Gibt es denn aber trotzdem auch Gründe neben der Prestigeträchtigkeit, die vielleicht trotzdem dafür sprechen würden, diesen Taximarkt nicht komplett aufzugeben? Also einerseits argumentiert Mercedes selbst, dass sie zumindest im hohen Segment der Personenbeförderung, da geht es dann eher so um Chauffeurdienste, das ist jetzt nicht zwangsweise Taxigewerbe, aber sagen wir mal Chauffeurdienste, Luxusdienste, quasi Hotel-Shuttles oder Flughafen-Shuttles mit hochwertigen Fahrzeugen, dass sie da durchaus eine hohe Nachfrage verspüren und dass es da schon Sinn ergeben kann, Modelle anzubieten und auch auf entsprechende Anbieter zuzugehen. Im Taxigeschäft selbst gibt es auch noch eine gewisse Relevanz. Die sehen die aber jetzt weniger im Limousinbereich, sondern eher so in Großraumlimousinen wie der V-Klasse, wie dem Vito, wo man sagt, da kann man gleich eine Vielzahl von Passagieren transportieren und vielleicht nicht nur ein oder zwei. Also da ist sicherlich eine Relevanz gegeben. Ob das jetzt am Ende äußerst profitabel sein wird, glaube ich nicht. Aber auf Basis der Marktstellung, die Mercedes mal hatte, wäre es komisch, da komplett rauszugehen. Also man muss jetzt nicht mehr der Marktführer sein, aber eine gewisse Präsenz zu zeigen mit bestimmten Modellen kann Sinn ergeben. Und wie reagiert denn die Taxibranche auf diese strategische Neuausrichtung? Also die strategische Neuausrichtung ist ja schon vor ein, zwei Jahren erfolgt und damals war der Aufschrei groß. Ich glaube, er ist noch immer groß, ist noch immer eine große Enttäuschung da. Das war ja sozusagen, Mercedes war da quasi der Haus- und Hoflieferant für das Taxigewerbe und da gab es schon eine enge Bindung. Und dass das dann unter Anführungszeichen Knallauffall so endet, glaube ich, verstehen viele in der Branche nicht. Und da ist natürlich ein extremes Störgefühl entstanden. Und die Taxibranche selbst argumentiert auch, dass das Geschäft vielleicht nicht so margenattraktiv ist, nicht die höchsten Margen verspricht. Aber jetzt der Bundesverband spricht davon, dass jede Taxifahrt am Ende ja auch bis zum gewissen Grad eine Probefahrt ist für die Passagiere. Das heißt, schon einen Multiplikationseffekt hat für die Hersteller, um auch neue Modelle zu bepreisen, um sie zu bewerben, um sozusagen sichtbarer zu machen. Und da ist sicherlich was dran, aber offenkundig ist Mercedes zur Überzeugung gelangt, dass das einfach nicht ausreicht. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Stückzahlen in dem Gewerbe einfach sehr, 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 sehr gering sind. Also das sind 6.000 bis 7.000 Neuzulassungen pro Jahr in Deutschland. Das ist wirklich nicht viel, wenn man vergleicht, was in Deutschland insgesamt an Pkw zugelassen werden. Das sind so 2,5 bis 3 Millionen pro Jahr. Mercedes selbst verkauft insgesamt 2 Millionen Autos pro Jahr. Das sind die vielleicht 3.000, die die mal hatten pro Jahr im Taxigewerbe in Deutschland. Wirklich nicht viel. Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass der aktuelle Marktanteil so bei 13 Prozent liegt. Geht das dann jetzt noch weiter runter in der kommenden Zeit oder wie sehen konkret die Pläne von Mercedes für den Markt aus? Also in welcher Form wird man sich da überhaupt noch engagieren? Das eine ist, wie gesagt, dass Mercedes selbst sieht, dass sozusagen im hochpreisigen Segment bei Spezialdienstleistern, bei Chauffeurdiensten durchaus eine Nachfrage gegeben ist. Also da wird man sich irgendwie engagieren, insbesondere auch bei der E-Klasse. Bei den Taxizulassungen selbst sehen wir, wenn wir jetzt auf Monatsbasis gehen, dass es eigentlich immer weiter zurückgeht. Ich glaube, im August wurden überhaupt nur noch sieben oder acht Taxis in Deutschland von Mercedes neu zugelassen. Und man kann davon ausgehen, dass das jetzt im September, Oktober, November nahe Null bis Null geht. Also dass dieser Markt eigentlich komplett in sich zusammenbricht für Mercedes. Man hat aber angekündigt, Ende 2024 noch eine Vorrüstung zumindest anzubieten für bestimmte Modelle. Das ist die V-Klasse insbesondere, wo man versucht, noch irgendwie im Gewerbe drin zu bleiben, dem Gewerbe ein Angebot zu machen. Aber das ist alles nicht mehr vergleichbar mit diesen Sondermodellen, die es früher gab, die ab Werk angeboten wurden, wo das quasi aus der Mercedes-Fabrik, aus der Produktion schon rauskam als quasi Taxi mit allen Vorrüstungen. Vielleicht hat noch ein bisschen Branding gefehlt, aber sowas früher, das wird es künftig nicht mehr geben. Es wird nur noch Vorrüstungen geben, wo man dann bei Drittfirmen eine Taxi-Umrüstung vornehmen kann für dementsprechend Aufpreis und ein bisschen aufwendiger alles. Also es ist insgesamt fürs Gewerbe natürlich oder für jetzt einen Taxi-Unternehmer viel komplizierter, wenn du einen Mercedes fahren möchtest. Und eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Wer ist denn eigentlich der neue Marktführer? Der neue Marktführer ist Volkswagen, beziehungsweise die Marke VW. Die versuchen insbesondere auf der elektrischen Seite mit so Modellen wie dem ID.4, glaube ich, zu punkten. Aber wenn man dann in die Zulassungen selbst reingeht, sind es vor allem eher so Transporter, Kleintransporter, Vans wie Caddy und Turan, die in den Zulassungszahlen da vorne dran sind. Und VW, das ist jetzt eigentlich schon ein paar Jahre hinweg, dass die sich so versuchen, Stück für Stück da heranzuarbeiten. Und das hat man jetzt deutlich geschafft und ist damit deutlich noch ein Stück vor Toyota Marktführer. Und ich gehe davon aus, zumindest in Deutschland, dass sie das auch bleiben werden. Es gibt da jetzt keine große Konkurrenz sonst. Mercedes geht raus. VW profitieren natürlich jetzt davon. Und also wir müssen dann die Zulassungszahlen genau verfolgen. Aber ich gehe davon aus, dass VW quasi die Rolle einnehmen wird, die Mercedes früher hatte, wo man durchaus auch mal die Hälfte des Marktes auf sich vereinern wird können. Also das heißt, künftig wird man öfter das VW-Logo vorne auf der Motorhaube sehen. Deutlich seltener den Mercedes-Stern. Franz, vielen Dank für die Einordnung. Sehr gerne. Ja und wer die Zahlen, über die wir hier gesprochen haben, noch mal ganz in Ruhe nachlesen möchte, der findet sie auch ganz detailliert aufgeschlüsselt in Franz' Artikel zum Thema. Und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Seien Sie immer und überall informiert mit der Handelsblatt-App. Dank des Newstickers, Push-Nachrichten und intelligentem Offline-Modus verpassen Sie keine News. Lesen Sie die neueste Handelsblatt-Ausgabe im E-Paper schon am Vorabend ab 20 Uhr. Hören Sie außerdem unsere Premium-Podcasts, Morning Briefing, Handelsblatt Today, Disrupt und viele weitere Formate. Laden Sie sich jetzt kostenlos die Handelsblatt-App herunter. www.handelsblatt.com.hb-app Letztens habe ich mir beim Blick auf mein Depot die Frage gestellt, was eigentlich passieren würde, wenn einer der Dutzend ETFs, in die ich investiert habe, irgendwann geschlossen wird. Und wie es der Zufall so will, habe ich kurz darauf erfahren, dass meine Kollegin Lisa Oenning, die stellvertretende Ressortleiterin Finanzen an unserem Standort in Düsseldorf, genau zu diesem Thema recherchiert und mit Experten gesprochen hat. Ja und bei diesem kosmischen Wink mit dem Zaunfall dachte ich mir, dass Lisa nicht nur mir, sondern direkt uns allen hier bei Today erzählen kann, was bei ihrer Recherche herausgekommen ist. Herzlich willkommen Lisa. Hi Arnes. Ja, zunächst mal würde mich interessieren, wie oft das überhaupt passiert, dass sein ETF geschlossen wird. Ja, im vergangenen Jahr wurden laut Morningstar weltweit 200 ETFs geschlossen. Das bedeutet, sie wurden halt entweder liquidiert oder mit einem anderen ETF fusioniert. Und bei fast 11.000 ETFs weltweit erscheint die Zahl auf den ersten Blick erstmal recht gering. Doch nicht nur die Zahl der neuen ETFs steigt permanent, sondern auch die Zahl der Produkte, die schließen. Und die Zahlen von Morningstar zeigen, dass im vergangenen Jahr dreimal so viele ETFs geschlossen wurden wie 2022. Okay, also das heißt, die Zahl insgesamt ist jetzt nicht so mega hoch, aber so ein gewisser Trend ist auf jeden Fall zu erkennen. Und nehmen wir jetzt mal an, man gehört zu diesen Pechvögeln und ist davon betroffen, dass der ETF, in den man investiert hat, auf einmal geschlossen wird. Und zwar jetzt gerade auch für den Fall, dass ein ETF liquidiert werden soll. Schauen wir uns den mal an. Wie läuft das konkret ab? Ja, in diesem Fall löst der Anbieter den ETF auf. Dafür braucht er allerdings die Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Und hat er diese bekommen, informiert der Anbieter die Anleger so etwa sechs bis acht Wochen, bevor der ETF dann auch tatsächlich geschlossen wird. Über ihre Depotbank bekommen die betroffenen Anleger dann eine Mitteilung. Und die Investoren können sich dann halt überlegen, ob sie den ETF vor der Schließung proaktiv verkaufen oder doch lieber darauf warten wollen, bis die Depotbank ihnen die Erlöse nach der Schließung ausschüttet. Etwa eine Woche vor dem Schließungstermin ist der ETF dann nicht mehr handelbar. Anleger sollten sich dann also nicht zu viel Zeit mit dieser Entscheidung lassen. Experten wie Markus Jordan, Gründer des Fachportals Extra ETF, empfehlen Betroffenen deshalb, den ETF proaktiv zu verkaufen, weil sie dann halt sofort über ihr Kapital verfügen können. Andernfalls kann es unter Umständen bis zu zwei Wochen dauern, bis das Geld nach der Schließung auf dem Konto der Anleger ist. Also wichtiger Punkt auf jeden Fall. Wir hatten jetzt uns den Fall angeguckt, was passiert, wenn ein solcher ETF, der geschlossen wird, liquidiert wird. Und dann gibt es noch ein anderes Szenario, wenn ein ETF geschlossen wird. Das kann nämlich auch dann passieren, wenn er mit einem anderen ETF fusioniert wird. Was passiert dann? Ja, bei der Fusion geht das Vermögen des ETFs, der geschlossen wird, in einen anderen Index vorüber. Auch hier müssen die Aufsichtsbehörden wieder zustimmen und die Anleger müssen mit einem Vorlauf von mindestens 30 Tagen so über die Fusion informiert werden. Die Anleger bekommen dann automatisch Anteile des aufnehmenden ETFs und in der Regel hat dieser aufnehmende ETF den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ETF, der geschlossen wird. Wird jetzt zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World geschlossen, was ja recht unwahrscheinlich ist, dann kann der Anleger davon ausgehen, dass das Vermögen in einen anderen MSCI World ETF übergeht. Ja, und worauf sollten denn Anlegerinnen und Anleger achten, wenn es zu einer solchen ETF-Fusion kommt? Ja, da gibt es mehrere Dinge, auf die Anleger achten sollten. Dazu gehört vor allem der Anlageschwerpunkt, der sich verschieben kann. Ein extremes, aber durchaus denkbares Beispiel ist laut Experten zum Beispiel, dass ein KI-ETF in einen Tech-ETF übergeht und damit plötzlich ein viel breiteres Spektrum abdeckt. Aber auch andere Charakteristika können jetzt abweichen. Anleger sollten sich zum Beispiel darüber informieren, welche Kosten mit dem aufnehmenden ETF verbunden sind, wie stark dieser diversifiziert ist und ob es sich dabei um einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden ETF, also um einen Fonds handelt, bei dem die Gewinne wieder angelegt werden. Und wer einen Sparplan auf einen ETF hat, der geschlossen wird, sollte sich darüber informieren, ob es den aufnehmenden ETF bei dem Broker überhaupt ebenfalls im Sparplan gibt. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Aber auch wenn der Sparplan verfügbar ist, sollten Anleger schauen, ob der Broker den Plan anpasst und dies dann gegebenenfalls selbst tun. Und zuletzt sollten sich Anleger noch mit den Herkunftsländern des geschlossenen und des aufnehmenden ETFs auseinandersetzen. Schließlich gibt es einen steuerlichen Effekt, wenn die Produkte in unterschiedlichen Domizilländern aufgelegt wurden. Ja, das ist ein wirklich sehr gutes Stichwort mit den steuerrechtlichen Konsequenzen. Welche müssen denn konkret beachtet werden, wenn ein solcher ETF geschlossen wird? Ja, bei solchen grenzüberschreitenden Fusionen verkauft der Anleger aus steuerrechtlicher Sicht quasi seine Anteile am bisherigen ETF und kauft Anteile des aufnehmenden ETF. Auf mögliche Gewinne entfällt dabei dann die Abgeltungssteuer, die ja momentan bei etwa 25 Prozent liegt. Auch bei der Liquidisation muss der Anleger Verluste oder Gewinne realisieren und letztere dann gegebenenfalls dementsprechend versteuern. Bei der inländischen Fusion gibt es, wie gesagt, keinen steuerlichen Effekt. Ja, das ist sozusagen ein Verkauf wider Willen und wie du schon vorhin gesagt hast, sollte man auch wirklich ganz genau darauf achten, ob jetzt dieser aufnehmende ETF wirklich noch der eigenen ursprünglichen Anlagestrategie entspricht. Ja, ich würde zum Schluss noch ganz gerne von dir wissen, welche ETFs denn besonders von einer Schließung bedroht sind? Also wo sollten wir genauer hingucken? Ja, zu den häufigsten Gründen für eine Schließung gehört ein zu geringes Fondsvolumen. Betroffen sind dann häufig Fonds, die selbst nach drei Jahren am Markt immer noch ein Volumen unter 100 Millionen Euro haben. Das sind laut Experten dann meist eher Themen-ETFs als Fonds auf Marktbreiteindizes wie etwa den MSCI World oder S&P 500. Also das heißt, wer auf Nummer sicher gehen will, sollte am besten in ETFs mit einem hohen Fondsvolumen investieren. Ich schaue auch gleich mal nach, wie es bei meinen aussieht. Denn da ist das Risiko geringer, dass sie eines Tages vielleicht geschlossen werden und man Anteile gegebenenfalls zwangsweise verkaufen und versteuern muss. Danke für die Einordnung, Lisa. Gerne. Ja, und die wichtigen Punkte dazu kann man auch in Lisas Artikel zum Thema nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und bevor wir uns heute verabschieden, habe ich noch einen kleinen Hinweis für Sie in eigener Sache. Wir wissen ja alle, der US-Präsidentschaftswahlkampf ist in vollem Gange. Kamala Harris tritt gegen Donald Trump an und am 5. November wird dann auch noch gewählt. Es ist ein historischer Wahlkampf in den USA und die Konsequenzen des Wahlausgangs, die werden sowohl für Deutschland, Europa und die gesamte Welt weitreichend sein. Unsere Redakteurinnen, Redakteure und Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten analysieren für Sie bereits jetzt schon diesen historischen Wahlkampf in den USA. Wenn Sie dazu jederzeit bestmöglich informiert sein wollen, dann kann ich Ihnen das digitale Handelsblatt nur ans Herz legen. Exklusiv zur US-Wahl haben wir ein besonderes Angebot für Sie vorbereitet. Vier Wochen lang nur für 1 Euro und danach mit 40% Rabatt auf den Monatspreis weiterlesen. Das Ganze gilt bis zum 4. November. Ja und wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com oder melden Sie sich bei uns über einen der anderen Kanäle, die in den Shownotes hinterlegt sind. Mich finden Sie auf Instagram und LinkedIn. Ich freue mich über Ihre Themenvorschläge. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Welchen Impact hat KI auf Change, Kommunikation und Kultur? Wie machen wir uns persönlich, unsere Mitarbeitenden und unsere Organisation fit für eine neue KI-Businesswelt? Beim Change-Kongress, Deutschlands größtem Kongress zum Thema Transformation und Organisationsentwicklung schlagen wir die Brücke zwischen Möglichkeiten und Umsetzung. Sei dabei, um wertvolle Impulse von VordenkerInnen und ForscherInnen zu erhalten, innovative Lösungen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, die Dich weiterbringen. Nutz bei Deiner Anmeldung unter change-kongress.de gerne den Code PODCAST und spare 10%.